Und jetzt wenn wir eine Legende Rundstahl machen, assoziativ, setzen das Ganze ab, dann haben wir hier auch einen schnieke Winkel. Servus, grüßt euch. Letztes Mal habe ich zu meinem Auszug-Aufklapp-Video einen ganz wichtigen Kommentar bekommen. Hallo Herr Pöppel, vielen Dank für das wie immer sehr lehrreiche Video. Zwei Dinge sind uns beim Nachvollziehen aufgefallen. Die Legende scheint bei dieser Funktion nicht assoziativ zu sein. Diese muss von Hand aktualisiert werden. Weiterhin taucht der Winkel für den Biegelbetrieb weder im Report noch in der Legende auf. Was machen wir falsch? Vielen Dank und viele Grüße, Heiko. Es ist alles richtig, was geschrieben wurde und deswegen möchte ich einfach darauf hinweisen. Es ist folgendermaßen, wenn ich jetzt zum Beispiel, müsst ihr euch nur schnell denken, ich habe zwei Positionen. Einmal die Position 16, einmal die Position 15. Die Position 16 habe ich einmal hier verlegt, wenn man es in 3D-Animationen sieht und die Position 15 mehrmals. Die Position 16 wird ja so eingebaut und dann runtergeklappt und die Position 15 wäre genau identisch. Aber hier habe ich das Thema so gewählt, dass ich Auszug auf Klappen die Funktion eingegeben habe und sage, dieser Bazi bekommt den Drehpunkt hier und sein Schenkel wird hier um 80 Grad nach oben geklappt. Wunderbare Geschichte. Wenn ich aber davor schon die Legende abgesetzt habe, dann seht ihr hier, bleibt es in 90 Grad Winkel stehen. Das wird erst erneuert, wenn ich die Legende neu absetze. Also wenn die Legende erst erstellt wird, nachdem ich diese Einspanneisen erstellt habe, dann kommt auch dieser Schenkel hier hinzu in Originalgröße, sage ich jetzt mal. Zwei Zahnstocher stehen im Wald. Läuft auf einmal ein Igel vorbei, dann sagt der eine Zahnstocher zum anderen, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Sorry, ein Bus fährt, sorry. Das ist natürlich etwas doof, denn auch hier werden keine Maßzahlen mit angegeben und kein Winkel. Da macht man nichts falsch, das ist so. Alplan nimmt das nämlich von diesem Objekt hier raus. Etwas doof, aber wenn man weiß, dass das so ist, dann kann man auch damit umgehen vielleicht. Ich mache das so, dass ich dann eigentlich einen Text hier absetze und sehe dann, siehe Auszug. Ich bin Master drin auch gar nichts, weil das ändert sich dann und dreht sich die ganze Zeit. Meistens mache ich dann sogar das hier irgendwo hier dran nochmal zusätzlich und in Rot, dass man auch sieht, hier mit Fensterhintergrundfarbe belegen und in Rot bitte, dass man es wirklich nicht übersieht. Siehe Auszug oder Maße Siehe Auszug, vielleicht noch besser, jetzt mal mein ganzes System überdenken, deswegen, aber gut, aber so ist es eben. Ich möchte den Maße Siehe Auszug, vielleicht kann man es auch hier reinlegen, weil dann ist alles egal, was hier drin geschrieben ist. Das muss man dann im Auszug sehen. Und der Auszug ist hier, hier ist die 15 und im Assistenten habe ich mir hier das angelegt, genau aus diesem Grund, das ziehe ich hier raus, verschiebe das Ganze hier hin und dann kann ich auch den Text hier unten belegen. Das war's. Ja, ich hoffe, ihr könnt es damit jetzt besser umgehen. Das Problem konnte ich euch nicht lösen, aber genau so ist das. Und wenn ihr hier vielleicht lieber den Winkel angeben wollt, anstatt die Maßzahlen, dann könnt ihr das wie folgt, über Optionen, Beschriftung, da scrollt ihr ganz nach unten und dann könnt ihr hier Winkelbeschriftung auswählen. Hoppala, wir kriegen mal gleich einen Schluck auf. Und jetzt, wenn wir mal eine Legende Rundstahl machen, Assoziativ, setzen das Ganze ab, dann haben wir hier auch einen schnieke Winkel, aber die Maße sind nicht mehr drin. Das müssen wir bedenken. Also wir können nur entweder ORA, CATS oder CORA. Warum ist das so? Ich denke mal, dass es bei komplexen Bewährungsstäben ansonsten zu sehr kollidiert mit Maßzahlen und den ganzen Gradzahlen. Das verstehe ich, würde ich auch nicht programmieren. Und auch nicht, ja, wenn du nur einen Biegewinkel hast, kannst du das machen. Nein, passt so. Glaubt's was. So, und jetzt könnt ihr natürlich das nächste Video in der Endcard anschauen. Das wird wirklich ein super klasse Video. Oder wenn ihr jetzt gar keine Zeit mehr habt, dann abonniert doch bitte den Kanal, weil dann werdet ihr auch das nächste Video nicht verpassen und ihr werdet zum Subgrade Altland Champion. Servus, ciao, euer Beda und wir sind raus. Und dann fahren wir jetzt noch eine Runde, oder? Also, nächstes Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.